Herzlich Willkommen auf Multilaser, heute mit Türchen 22. Wir nähern uns der ganzen Sache hier. Oh, zack, aha, aha, der Batterie-Deckel, den habe ich ja schon vermisst, muss ich ehrlich sagen, den Batterie-Deckel, der für unser Auto hier hinten reinkommt und die Schraube finde ich gut ist hier, das ist so eine Spezialschraube, dass die nicht rausfallen kann, der kommt hier rein, ne, ja, und muss wo ist mein Schraubenzieher, und muss jetzt hier verschraubt werden, zack, jetzt rastet er auch ein, und dann haben wir hier den Batterie-Deckel auch, sehr schön, gucken wir einmal, was das Türchen hier hinten sagt, bin ich mal gespannt, genau das, ja, Aufkleber müssen wir noch machen, ne, Okidoki, bis zum nächsten Türchen